rein, um wieder zurück zu gehen. In jedem Level würde ich sagen, gibt's das nicht unbedingt, aber in fast jedem. Oh, das ist mit dir, Blooper. Ich bin so aus dem Himmel gekommen. Vormisch. Es sieht so aus, als ob wir hier lang müssen. Oder eher von dort kommen. Oder eher von dort kommen. So, dann folgen wir einfach mal den Pfeilen. Dann bringen sie uns weiter. Da lang. Das ist ja hier ein Irrgarten, oder wie? Wir sind ja jetzt hier auch noch durch den Irrgarten. Oh, verdammt. Na egal, dann nehmen wir halt eine Abkürzung. Das ist eine sehr doofe Abkürzung, ich weiß. Hab ich gerade auch gemerkt. Schande. Nein, nein. Nicht hier wegsterben. Oh, okay. Wir nehmen keine Abkürzung. Das hat sich schon mal erledigt mit Abkürzung nehmen. Gut zu wissen. Keine Abkürzung nehmen. Also, wir gehen den ganz originalen Weg. Wir machen keine Firlefanz oder sonst was. Aber wir brauchen auch nicht mehr dieses ganze sauber machen. Luba geht mir auch so viel weg. Ich mag dich, aber... Äh, ist aber nicht gut. Dann gehen wir also doch durch dieses Labyrinth durch. Vielleicht finden wir ja einen passenden Weg. Wie diesen hier. Wie diesen hier. Okay. Leute werfen. So, so. Normalerweise wirft man doch keine Leute. Oder doch? Also, vielleicht ist es in dieser Insel üblich, dass man Leute wirft. Wäre ja schon mal interessant. Na, geh schon weg. Na, geh schon weg. Äh, okay. Dann geh halt nicht weg. Die Blufas ganz frei. Schnauze. wegpusten wohl wegpusten ist ja auch nicht so toll würde ich mal sagen aber besser als in diesen Mora da will ich nicht noch mal rein keine Lust auf Mora Mora ist in blaue Münze einfach so so ihr Blubas hab ich noch nicht besicht euch Blubas ein M weg das wird ich M also sieht das jetzt hier schöner aus das ist noch so nix hm komisch muss ich sagen noch sowas egal was hast du zu erzählen ok das sieht sehr realistisch aus dass er hier das Ding hier da rauskommt dann ziehen wir mal den Arm ab oder besser gesagt das Ding da raus das ist oh ein riesen so ein bisschen armloser sagen wir so wenn er uns nämlich nicht angreifen kann und tschüss ne tschüss ne tschüss ne tschüss ne tschüss ne tschüss re ja jetzt aber tschüss so vielleicht so geht doch geht doch geht doch geht doch warum es scheint jetzt mir hier nicht sowas wie war das gewonnen machen wir hier eine große party ja was sagen denn die kurznachrichten überhaupt ja 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 Naja, ich habe vorhin nämlich hier auf eine Röhre gesehen. Doch, woher wollte ich eigentlich jetzt hin? Weil bei allen Mario-Spielen gab es immer Röhren. Und warum nicht in diesem Mal? Da unten ist ein Sunshine. Und das ist ein weiter Weg. Also müssen wir hier runterrutschen. Okay. Mario bleibt wohl nicht sehr spart. Das reicht nicht sowas. Okay, also wir können dieses Düsen... Ding nur teilweise benutzen. Na komm schon. Das ist... Ach doch, du bist doof. Das war kurz vorm Ziel. Aber das wird leider... Leider, 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 leider oft passieren. Ah, dass wir daneben springen oder sonst was. Aber so ist das halt. So ist das halt, wenn man hier dieses Spiel...